Hallo, hier ist Martin von Money Munkies, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 28. Oktober 2020. Damit nähern wir uns nun mit rasanter Geschwindigkeit dem Oktoberende. Und der Oktober macht bisher kein gutes Bild und unser DAX muss jetzt hier wirklich aufpassen, dass er auch nicht wegrutscht. Wir sind jetzt auf der 200-Tage-Linie gelandet, das ist soweit okay, das ist soweit vertretbar. Wir hatten hier auch so einen kleinen Channel mit drin, auf dem man sich durchaus auch hätte ein bisschen an den Fuß fassen können. Das sieht jetzt aber ein bisschen nach freiem Fall nach unten aus. Also hier ist auch nicht viel im Chart, was hier jetzt Deckung geben kann. Den letzten Widerstand, die letzte Unterstützung hier bei 12,59, die hat er jetzt schon zum Abend torpediert. Das heißt, in dem Moment, wo unser DAX jetzt runtergeht, würde er dann den Keilbeginn hier quasi zum Ziel haben. Das ist quasi das Tief von dem Tag, das liegt bei 11,586. Das wäre dann tatsächlich als nächstes aus Tagessicht eben unten das Ziel, wenn unser DAX jetzt weiter runter notiert. Und dazwischen ist nicht viel, das sind kleine Marken, die wir aus untergeordneten Zeiteinheiten holen können. Sowas wie eine 11,830, aber perspektivisch, wenn er jetzt hier weiter runter drückt, wäre das jetzt kein Unding, wenn unser DAX auf die 11,5, was habe ich gerade gesagt, 11,585 dann zurückkommt. Das wäre jetzt so ein bisschen Bewegungsziel, 11,585, 11,570 in dem Drehraum. Einmal vielleicht auch von oben auf das alte Hoch aufsetzen, das wäre dann eine ganze Etage schon tiefer. Auf die 11,265, diese Zone, die sollte man dann durchaus ein bisschen im Radar haben, im Visier haben, auf die kann er von oben mit Leichtigkeit dann eigentlich aufsetzen. In dem Moment, wo er sich jetzt hier eben nicht gefangen und umgedreht bekommt. Und da gilt das Gleiche, was wir gestern gesagt haben, solange jetzt hier rote Tagesherzen kommen, ist im Zweifel jetzt erstmal nach unten ein Eskalationsspielraum einzuplanen. Das verhält sich wie auf den untergeordneten Zeiteinheiten auch, solange da rot ist, im Zweifel für den Angeklagten denken, im Zweifel für weiter Abwärtsdenken, ganz egal was sie wollen, was sie sehen und was sie denken. Wenn der Markt Schwäche zeigt, zeigt der Markt Schwäche und wenn der Markt Schwäche zeigt, kaufen andere große Marktteilnehmer unter der Prämisse, dass der Markt eben noch tiefer fallen wird. Ja, das heißt, es kann dann auch noch weiter gehen, das brauchen wir jetzt nicht zu weit ausführen, nutzen sie Stops, grenzen sie sich ab, engen sie ihre Szenarien ein und hacken sie nicht nur blind dagegen halt. Schöne Umkehr, Bewegung abwarten, warten sie bis die grünen Kerzen größer werden wie die roten, bevor sie Short rein wollen oder gehen sie halt einfach noch Short mit, solange der Markt da Schwäche zeigt. Das ist so. Also wir wollten auch im Dienstjahr einen Long platzieren, wollten aber auch dort das Kaufsignal erst abwarten, kam nicht halt. Also in dem Moment, wo unser DAX jetzt hier das so schön gemacht hatte, hier, wir wollten ja, wir haben ja gestern gesagt, also typisch für den DAX wäre Aufwärtsgap an die 2,70 bis 3,30 ran, von dort dann runter auf ein neues Tief, vielleicht in den Bereich um, was haben wir gesagt, 12,70, 12,50 haben wir glaube ich gesagt, ne, in den Bereich einfach rein und dann wieder hoch. Das hat er ja getan, ist dort schön reagiert und dann haben wir halt bei uns im Dienstjahr auch eine Long Order reingestellt, wollten dann aber, ähm, also als Stop-Bike quasi, wollten halt von dem DAX auch noch ein bisschen stärker abfordern und die kamen halt nicht, ne. Dann haben wir uns sogar noch runterziehen können, aber wir hatten Long nicht ausführen wollen halt, ne, wollte unten raus, wollte hier quasi dann noch auf der Short-Seite bedient werden und hat sich zum Abend dann auch nochmal runtergewühlt, ne. Wir haben hier eine schöne Keilbildung gehabt, die hat er dann nach unten aufgelöst, gebrochen, sogar nach unten, das war ein bulliger Keil gewesen, ne, hat dann nach unten aufgebrochen in den letzten Handelsminuten und sich hier runtergeworfen. Nicht tolle verwunderlich, hier unten liegen jetzt die ganzen Stops unter 12.000, ähm, liegen so einige Stops, äh, ich denke auf jeden Fall auch von all denen, die hier an dem SAP-Tag eingestiegen sind, ne, die am Montag eingestiegen sind, ähm, die hat es definitiv hier unten jetzt geworfen, da bin ich mir relativ sicher, ähm, das sind knapp 600 Punkte, 500 Punkte, das ist so dieses, es ist auch so diese typische CFD ohne Stopp, äh, K.O.-Kante halt, ne. Das heißt, wenn sie mit 100% Margin auf einem CFD-Konto handeln, haben sie so einen Spielraum von 600 bis 800 Punkten und dann macht das Konto platt, dann macht das Konto, ähm, die Hufe hoch in dem Moment, wo man halt mit vollem Einsatz reingeht, ähm, sprich, da fliegen dann die ganzen Positionen raus, werden vom Broker beendet, äh, wenn da nicht mehr genügend Deckung auf dem Konto da ist. Also das ist so auch ein schöner Bereich, da fliegen halt einfach viele private dann raus, wenn sie gegen den Trend gehauen haben, insbesondere nach so einem Gap, ähm, das, die, die durften hier jetzt, das soll er auf die Nase kriegen, das heißt, ähm, wir sind grundsätzlich auch jetzt erstmal Stabilisierung denkbar, wir haben auf 8,30 einen attraktiven Bereich, grundsätzlich muss man aber tatsächlich sagen, der hat nach unten, ja, wir haben es im Tagesschau gesehen, ne, also eine, ne, ich vergesse mal wieder die Zahl, die ich Ihnen da nenne, ich glaube die 5,85 ist es, ne, ähm, 5,70 rum, ähm, 5,70 zu merken, fällt mir leichter. Das ist erreichbar, ja, also das ist auch an einem Tag erreichbar, lassen Sie den hier vielleicht noch in einen Abwärtscap reinbringen, lassen Sie den an der 8,30 eröffnen, dann sind 5,70, das ist doch, das ist doch Kaffee-Klatsch halt, das sind 250 Punkte, das ist so schnell erreichbar, sollte man hier auf der Unterseite jetzt auf jeden Fall vorsichtig agieren und eben Long-Signale, ähm, erst traden, wenn sie dann tatsächlich auch kommen, ne, und nicht welche suchen, wo keine sind, zu, zu, zu übereifrig agieren, ja, also, ich würde jetzt hier einfach mal ein paar Pfeilchen runterziehen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir im Bereich um 11.830, 11.800, das ist ein souveräner Bereich, das ist, das ist, das, sowas, das reagiert immer gut, die 800er, egal ob das bei 12.800, bei 13.800, bei 10.800, äh, bei 11.800, bei 9.800, können Sie den Chart durchgucken, das sind immer wichtige Marken, sowas, Markte DAX einfach, das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir zum Mittwoch hier einfach mal drauf stolpern, ähm, vielleicht sogar rein starten, also schwach starten und direkt draufprallen, von dort erstmal wieder eine Erholung, hier dürften natürlich einige jetzt dann ein bisschen Naturschutzpanik kriegen halt, ne, viele wahrscheinlich auch noch, die hier Long drinnen sitzen, die jetzt überrollt wären, weil sie wieder keinen Stopp genommen haben, äh, weil sie, ja, ich, ich baue mir das Geräte, sie kennen das ja alle selber, sie wissen was, sie wissen selber, was sie da machen, sie sind dann alle alt genug, sonst dürften sie das nicht handeln, ähm, ich bin auch nicht schlauer als sie, mir fällt es bloß leichter, mir den einen oder anderen Fehler zu verkneifen, einfach, weil ich es zu oft gemacht habe und zu oft damit auf die Fresse gekriegt habe, irgendwann habe ich mir gesagt, nee, machst du halt nicht mehr, willst du nicht mehr, äh, musst du anders machen, musst dir andere Sicherungsmethoden ausdenken, Trading-Sperren arbeiten und so weiter und so fort, einfach sich ein bisschen da absichern, damit man eben nicht mehr so anfällig wird und dann immer gleich alles verliert oder, oder zumindest unschöne, unschöne, große Beträge an Momenten, wo es einen einfach überrumpelt und das ist schade, wenn es einem dann dort immer wieder die ganzen Gewinne wegrotzt, in dem Moment, wo man einfach mal kurz unachtsam war, ähm, sich mal einmal nicht im Zaun gehabt hat, ähm, ein bisschen die Kontrolle verloren hat vielleicht, das ist einfach schade und das kann man aber heilen, ne, also wer da noch Probleme hat, man muss es bloß selber wollen und man muss dran arbeiten halt, ne, das kriegt man aber hin also, was ich Ihnen sagen will, 12800, äh, ist ein schöner Umkehrbereich, von dort könnten wir erstmal wieder hoch, durchaus auch in den Bereich von 12.000, ähm, 12.050, können wir ruhig ein bisschen höher ansetzen, alles was unter 12.800 geht, ist Eskalation halt, ne, also 12.695, auch wieder so eine, das ist wieder so ultimative Marken, auch die 12.695, das ist so wichtige, das sind so wichtige Punkte, die läuft der DAX gerne, da, 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 der reagiert da einfach auch gerne, geht der DAX aber auch tiefer unter die 12.695 hier, ähm, würde ich dann mit 12.600 bis 12.570 rechnen, wir können da auch mal eine Linie reinziehen, die hat sie sich verdient, machen wir hier auf 12.695, 12.585, dass wir das mal mit drin haben und das wäre dann tatsächlich schon ein erreichbares Ziel und da sehen Sie auch, das ist durchaus auch schon zum, ähm, zum Mittwoch jetzt erreichbar, ansonsten, wie ist meine Erwartungshaltung, ähm, wir sehen, der Markt ist momentan sehr schwach, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ab Donnerstag, ähm, durchaus nochmal ein anderer Wind reinkommt, ähm, dass wir auch deutlich unruhiger werden nochmal vor der Wahl, dass, ähm, man sich vielleicht doch plötzlich auf einen Stimulus einigt oder, also ich denke schon, dass, äh, von US-Seite versucht wird, hier vor der Wahl nochmal ein bisschen, äh, Angst aus dem Markt rauszunehmen halt, ne, weil die Leute, die das sehen, also auch den Dow Jones und sowas, da wird einem schon ein bisschen hummelig halt, ne, also da kauft man der Regierung das nicht so direkt ab, dass alles so in Ordnung ist, ne, wenn die Märkte so nach unten rauschen und, ähm, man aufs Depot guckt und alles ist nur rot, da hat man schnell Frust, ähm, und dann wählt man auch ungern die aktuelle Regierung halt, ne, weil man dann sagt, das ist alles scheiße, was die machen und deswegen sieht man es häufig, dass eben vor dem Markt zumindest, wenn die anderen denn mitspielen und Trump hier eine Unterstützung bietet, sieht man, dass dann entsprechend nochmal eine Gegenbewegung ist. Für meinen Geschmack, äh, geht er dafür langsam ein bisschen zu tief, ein bisschen zu weit raus auch schon, ne, das hätte mehr Sinn ergeben, wenn er von der 13.100, äh, von der 12.10, 12.100, von der 12.100, 12.050 direkt nach oben weggezogen werde, aber man sollte das nicht unterschätzen, das ist noch eine ganze Handelswoche, was wir jetzt gesehen haben, sind zwei Handelstage, ne, wir haben noch fünf Tage bis zur US-Wahl, das sind jetzt zwei Handelstage, ähm, da würde mich die eine oder andere Überraschung nicht wundern. Und das heißt, ich sollte mir auf jeden Fall jetzt als Rücklauf schon mal fest vorplanen, die 3, die 3.40, die wird von unten ein fetter Reißer, können wir auch jetzt schon mal so als primäres Rücklaufziel ausrufen, geht der DAX wieder über eine 12.000, über eine 12.050 rüber, sollte man schon damit rechnen, dass es den bis in eine 12.335 reinwühlen kann, ne, also hier bis in den Bereich durchaus reinwühlen kann, und das wäre dann eine schöne Short-Marke sogar kurzfristig, ja, die können wir jetzt schon mal mit reinnehmen, die wird wertig, die wird, wenn sie kommt, wird sie knackig, das sollte man jetzt schon festhalten. Ich würde den Fall hier einfach mal ein bisschen zurückstellen, dass man, dass der jetzt nicht mehr zur aktuellen Analyse gehört, das war ja von gestern, wir wollten die 2.70 runter und dann hier eine Reaktion, die Reaktion unten, das hat halt nicht geklappt, zumindest nicht in dem Ausmaß, hat keine Trendumkehr stattgefunden, der DAX hat zum Nachmittag, Dienstagnachmittag neue Teams geworfen und sich dann eben auch nochmal gut, gutes Stück nach unten gedrückt, also das sind knapp 200 Punkte nochmal gewesen, 150 bis 200 Punkte knapp gewesen, was er hier dann nochmal rausschöpfen konnte, und ja, jetzt muss er sich zum Mittwoch zeigen, startete zum Mittwoch, schwach rein, auf die 8.30, 8.200, früh schon 9.39 Uhr dreht er nach oben, hatte gute Chancen, sogar einen Rebound, also sogar eine Art Turnaround anzugehen, wirklich, bis hoch an die 12.50, 12.000 im ersten Schritt und im zweiten wird es dann holpriger, 12.100, später die 12.160 und so weiter und so fort, nee, nicht so weiter und so fort, hilft die nicht, also wir müssen es schon genau benennen, also 12.060, 12.0, Wahnsinn, ich sortiere mich kurz, wenn der DAX hier unten schön auftritt, hat er Chance bis 12.050, das ist Schritt 1. Nächster Schritt 12.160 und hier so der Bereich um 12.100, die 12.100 ist wichtig, dann die 12.160 über der 12.61, dann die 12.270 und dann die 12.335, so in der Reihenfolge, hoch zu, ne, kommt aber der Markt hier nicht aus dem Tee, eiert er hier nur zur Seite rum, druckst er irgendwie und kippt hier unten raus, sollte man im DAX durchaus unterhalb von 11.800 dann auch weiteres Risiko bis an die 12.590, 12.585 einplanen, muss man, ja, das heißt in dem Moment, wo hier unten rauskippt, Reaktionsspielraum von hier unten wird sich auch eine harte Gegenbewegung sogar einplanen, eine deutliche Gegenbewegung, die kann bis 12.000 gehen, aber da warten wir bitte, das warten wir erstmal ab, da will, das will ich Ihnen noch nicht reinzeichnen, da brauchen erstmal ein bisschen muss, dann müssen wir, weil das würde eh zum Mittwoch noch nicht gelingen, dass er von, dass er hier unten hinsticht und zurück rennt, das würde er nicht hinkriegen, das wäre eher was für Donnerstag, ne, das würde für einen Donnerstag, würde das ganz typisch passen, wir lassen es deswegen, jetzt sind die Analyse erstmal weg, weil Mittwoch auch gerne mal auf Tage tief schließen kann, ähm, ja, da, ich denke, Sie wissen, was ich meine, ich will Ihnen ja keine Umkehr hier unten reinzeichnen, ne, da hacken Sie mir nur alle wieder dagegen, hier, äh, hätte ich dann noch ein reineres Gewissen mit, das könnte gut funktionieren, das könnte gut hochsteigen, ansonsten hat sich auch, ähm, mit den Optionsscheinen, die haben sich jetzt erstmal nicht geändert, hat sich als gut erwiesen, dass wir hier jetzt umgestiegen sind auf die tiefere Station, äh, unter, unter, ähm, unter dem Bereich hier unten, warten Sie mal kurz, so, da muss ich mal kurz was trinken, ja, ähm, Punkt, kann man eigentlich zumachen, das ist soweit, das sind die wichtigen Punkte halt, ne, Risiko ist auf der Unterseite, solange rote Kerzen kommen, ist das schwächer, stärke sehen wir erst, wenn starke, grüne Kerzen kommen, solange brauchen wir uns da nicht zu viele Illusionen machen, ne, ähm, machen Sie es ruhig so, also, wir haben es mit einem Stop-By gemacht, ne, wir haben uns gesagt, okay, da ist so ein Niveau, wenn der Markt es schafft, dann wäre das stark, dann wollen wir long, haben das dann sogar noch angepasst, also so kann man auch sich hochhangeln, so kann man, das ist letztendlich wie mit einem Shortstop loss zu arbeiten, halt, ne, also Stück für Stück das einfach mitzuziehen und ansonsten, wenn hier noch rote Kerzen sind und schwächer sichtbar ist, muss man auch technisch betrachtet einfach mal zum Short greifen halt, ne, das ist dann, ähm, die richtige Wahl. Ich bin vorhin ein bisschen abgebrochen, zur Wahl könnte ich mir schon noch ein bisschen Gegenwehr, ähm, vorstellen, ich glaube aber zum Mittwoch, na, der kann zum Mittwoch auch umdrehen, also, von hier unten, das ist eine schöne Umkehrzone, aber wenn die nicht greift, glaube ich, wird es dann hier unten, die zum Donnerstag, da schauen wir einfach mal, ne, wenn es der Mittwoch hinkriegt, sich hier unten schön draufzustellen am Morgen auf der 11.830, schöne grüne Kerzen mal nach oben zu stellen, das ist ja was, was wir am Dienstag nun wirklich gar nicht gesehen haben, schöne grüne, lange Kerzen nach oben im Stundenchart auch, ähm, dann hat der Potenzial 12.50, 12.160, das ist schon erreichbar, äh, mehr vielleicht nicht, ne, also 12.160 wäre von 12.830 schon erreichbar, von dort dann erstmal wieder Rücksetzer auf die 12.000 von oben und dann zum Donnerstag gegebenenfalls, ähm, weiter im Programm, aber ich würde das nicht mal ausschließen, dass wir vielleicht sogar so einen Gap bis zur Wahl auch nochmal schließen könnten, ne, da müssen wir jetzt gucken, aber da müssen wir auch abwarten, bis wir im Tagsstand auch grüne Kerzen sehen halt, ne, also ohne grüne Kerzen braucht man hier auf der Perspektive nicht lang, long argumentieren halt, ne, also, solange hier jetzt nichts grün reinkommt, Freunde, ähm, selbst hier, wenn der hier eine lange Rote durchstellt, dann macht er die nächste Rote bis hierher, da steht er bei, da steht er bei 11.000 mit drei roten Tageskerzen, na, dann kotzen sie aber im Strahl, wenn sie hier die ganze Zeit nur dagegen geballert haben, ja, also, da wirklich ein bisschen, ein bisschen darauf achten, dass man auch mit den Umkehrsignalen geht, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auf Tagessicht eben hier in dem Bereich eine Umkehr, ähm, passiert, wenn, wenn eben nicht der DAX jetzt probiert, zum, zum Mittwoch schon diesen Kanal zu halten, einfach diese, 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 diesen Channel hier, ne, dazu müsst ihr jetzt zum Mittwoch auf die, auf die 12.1.20 wieder anspringen und die versuchen per Tagesschluss zu halten, aber wenn der jetzt hier runter eskaliert, Freunde, lassen eskalieren halt, ne, im Zweifel, wir haben ja noch ganz viele Gaps, da ist da eins, da ist da eins, können wir gleich hier noch, das können wir gleich so, wie es ist, können wir das kopieren hier, da gibt es so viele schöne Stellen, da haben wir noch eins, da haben wir noch eins, ne, also das sind, die werden jetzt alle interessant hier, so, warten Sie, ich ziehe Ihnen das ein bisschen, ein bisschen zurecht, hier haben wir noch eins, hier haben wir noch eins, alles jetzt noch, interessante Kursziele von oben kommen halt, ne, in dem Moment, wo es unser DAX jetzt hier runterzieht, wie man, das sieht doof aus, aber ist egal, soll, soll Ihnen ja bloß zeigen, wo dann noch was, wo dann noch was zu holen ist und das sind, wie gesagt, ne, das ist schnell erreichbar, wenn der hier durchzieht, wenn er sich lang streckt, also, wir brauchen auf der Ebene, brauchen wir grüne Tageskerzen, wir brauchen hier grüne Tageskerzen, das nützt alles nichts, du musst dich erst auskontern, dann schafft er sich wieder nach oben Platz, Platz, wenn er es im Channel schafft, sich noch auszukontern, ähm, dann kann er hier auch locker wieder hoch schlubbern, ähm, schön an den oberen Channel ranlaufen, ich sehe gerade, jetzt hat es mir hier die Linien von gestern irgendwie zerstört, die sind weg, wir hatten hier schon was reingezeichnet, können wir später nochmal mit ranmachen, ähm, da hat man hier oben noch Pfeile dran gelegt, also, wenn er im Channel bleibt, jetzt hier gleich direkt, aber wenn er jetzt noch eine Tageskerze aus dem Channel rausstellt, dann wird er von unten auch zum Widerstand, ne, dann wird er vielleicht per Pullback hier auf einmal von unten an die 1240, 12100 wieder dran und sich dann nach unten abdrehen, das wäre auch schön für die, also, wäre ein interessantes Szenario für die Wahl, ne, der Markt fällt hier runter, steigt dann bis kurz vor der Wahl nochmal an den Channel ran und macht dann von dort ein fettes Abwärtsgap hier runter und dann noch zwei rote Tageskerzen hinterher und dann macht man das Gap zu, das ist auch interessant, ne, aber jetzt, wenn man mal nicht zu, naja, doch, also, solange die roten Kerzen da sind, sollte man schon nach unten ein bisschen Risiko noch einplanen, wir brauchen Stärke, wir müssen erst Stärke im Chart sehen, bevor wir was dichten und aus Tagessicht wäre die erst hier zu erwarten, auf 2-Stunden-Sicht würde sich auch bei 11.8.30 was anbieten hier in dem Bereich, ja, gut, okay, also, nicht mit dem Kopf durch die Wand versuchen, versuchen Sie sich zusammenzureißen, halten Sie die Positionsgrößen überschaubar, ne, skalieren Sie nicht im Risiko rum, werben Sie nicht Ihren schlechten Positionen Geld hinterher, das sind alles so Sachen, die müssen Sie jetzt von mir hören und die müssen Sie sich jeden Tag immer wieder sagen, ne, also auch, wer da der Meinung ist, er muss jetzt einem schiefliegenden Depot irgendeine Einzahlung hinterherwerfen, ehrlich, das habe ich oft früher probiert, das hat nie geklappt, das war nur noch schneller weg wie alles andere, also, dann lieber einmal neutral setten, den Verlust akzeptieren, mitnehmen, neu reinstellen, probieren, Stück für Stück und so weiter und so fort, ne, aber in dem Moment, wo der Markt hier tatsächlich Schwäche zeigt und da haben wir ja für andere Feinde, da haben wir ja oben gesagt, Mensch, wir sehen hier gar keine Schwäche, der muss erst unter die 500, der muss unter die 600, damit hier was nach unten fallen kann, damit auch die Corona-Ängste bestätigt werden, technisch bestätigt werden und das kam, das kam, ne, die Signale sind gekommen, der Markt ist gefallen und jetzt ist es natürlich genau andersrum, also, was heißt, es ist genau andersrum, es ist nicht genau andersrum, aber wenn sie jetzt long wollen, müssen sie halt genauso rangehen halten, auch die Umkehrsignale abwarten und auch die grünen Kerzen abwarten, genauso wie man hier eben noch die roten Kerzen abwarten sollte, ne, sonst kann sie, hier haben die meisten Glück gehabt, ne, weil das relativ schnell ging und nicht noch weiter nach oben ausgelutscht wird, hier können viele aber auch Pech haben, wenn sie hier schon long gegenhauen und der Kunde, der haut sich auf 11.500 und kommt dort nicht hoch, sondern macht hier noch, keine Ahnung, auf so eine Geschichte runter, ne, also, es ist halt mit Vorsicht zu genießen, so eine Situation, es ist eine Übertreibung, wir sind im Tagesschart aus dem Band raus, da ist Risiko im Chart drinne und solange da nichts Grünes reinkommt, das lang nach oben raus pfeffert, muss man da ein bisschen einfach sich zusammenreißen, das muss ich so sagen halt, ne, also, ich hoffe, sie bleiben vernünftig, wenn nicht, stellen Sie sich vor, ich stehe hinter Ihnen, ne, und würde das bewerten, was Sie da machen und wenn Sie dann sagen, das kann keiner, das kann nicht richtig sein, dann lassen Sie es halt auch, ne, es kostet Sie sonst nur unnötige Kohle, das ist schade drum, ne, und das ist eine heiße Situation, ja, also, wer da long will, ehrlich, tun Sie sich, die Gefallen warten Sie lang, grünen Katzen ab, ne, gucken Sie das hier, da ist nirgendwo was, wo Sie sagen, Mensch, krass, und da hätte ich, also vielleicht hier, das wäre noch, da hätte ich noch gesagt, okay, aber da wären wir auch hier ausgestoppt gewesen, hätte man sich den Rest erspart, ne, aber Sie ersparen sich viel, viel, viel mehr Strecke, wenn Sie einfach eine Umkehr abwarten, Sie ersparen sich so viel Geld, was erst mal gegen Sie läuft, wenn Sie einfach die Umkehr abwarten, ja, also, ich mache jetzt hier zu, wünsche viel Erfolg, gutes Gelingen, wir hören uns morgen wieder, ciao!